Aber bitte stürm da nicht einfach rein, Kleine! Das ist Pop's Mörder. Da draußen könnten noch mehr Cops sein. Es ist zu riskant, einfach zu Fuß zum Schiff zu gehen. Sie werden nicht sehen. Es muss einen Weg geben, heimlich reinzukommen. Okay. Was soll der Mist? Ich muss zu diesem Schiff! Es ist eine Informalität und erledigt, danke der Seeleiter. wo lang da lang so na dann tot warte 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 ich muss mal gucken wo lange überhaupt ja war doch einfacher runter zu kommen das war knapp los 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 was ist eigentlich auf diesem schiff keine ahnung vielleicht waffen könnte was mit diesem projekt zu tun haben wenn du den typ auf deck gesehen hast solltest du dich dann aufmachen sobald du deinen killer gefunden hast hol dir ein paar antworten und sie zu dass du weg kommt in der menge kopf also bereite dich auf einen kampf vor jetzt wird es los okay ich wollte schon sagen wie doch cool naja wie lange braucht jetzt bis hier ankommen oder wollen wir jetzt die ganze zeit war die überprüfen jetzt die lager die ware meint doch vorsicht was okay daneben nicht ich war voll gut versteckt eigentlich ja schnell zick zack zick zack da jetzt ganz lang ob er hier geht sagen nein 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 muss ich ja echt durch kloppen als ob ich gehe mal hier so So. Oh, fuck. Fuck, was? Nein. Alter. Willst du mich verarschen spielen? Alter, die ballern auch wie sonst was. Du musst ja gegen die kämpfen, aber das Kampf ist ja richtig scheiße gegen die. Komm her. Danke, Spiel. Danke, Spiel. Ich konnte mich von hinten ausschalten. Nochmal. Danke, Spiel. Danke, Spiel. Ich kann nichts machen. Die wissen sofort, was abgeht. So. Ich finde auch, die roten Markierungen sind manchmal echt nutzlos. Danke, Spiel. Ja. Kann man überhaupt hier was machen? Nee. Wollte nur gucken. Danke, Spiel. Schon wieder? Ich weiß auch, Pazifisten-Run. So. Scheiß drauf. Kein Pazifisten-Run mehr. So. Los geht's. Okay. Was? So, jetzt aber. Ich hab' da echt keinen Bock, mich da durchzuboxen jetzt. Ja, perfekt. Hier runter. Und jetzt? Ah, danke, Spiel. Als ob's nicht schon schwer genug wäre, sich ja durchzukämpfen. Scheiß dir auf, bitte. Nee, geht nicht. Geht nicht. Ich muss echt mich da durchkloppen. Verdammt. So. Ja, aber wie denn überhaupt? Oh. Nee, bringt nix. Ich hätte gehofft, dass das jetzt, dass sie hinterm Auto sind und mich nicht treffen. Aber ich muss alle vier ausschalten. Anders geht's nicht. Anders geht's einfach nicht. Sofort schießen die, Alter. So, da kommen auch schon die nächsten, Alter. Was mach ich denn? Ich muss echt die alle töten. Vielleicht geht das schnell genug auf. Nee. Sobald ich stehen bleibe, ja. Ich muss sie alle töten. Anders geht's halt nicht. Ah. So, komm her. Schon wieder nicht. Okay, danke, Spiel. Danke, Spiel. Schon wieder nicht. Wow. Ich werde wahnsinnig. Die Passage ist scheiße. So, jetzt. Waffe habe ich. Wir kloppen es jetzt durch. Pazifistin Run ist Ende. No more Pazifist Run. Fuck. Fuck. Ich wollte nicht. Ich wollte echt nachladen. Ja. Fuck. Oh, nee, alter. Oh, nee. Ich muss. Oh, nee. Ich hasse es. Ich hasse es. Ungelogen. Weil einfach blind losgeballert wird. So, jetzt aber. Einmal. Nein, noch nicht. Ah, hallo. So. Die Waffen kann ich auch nicht mal aufheben, ne? Chill. Chill. Fuck. Nein, scheiße. Wieso sterben die nicht? Oh, die sterben auch nicht. Ich hasse es. Ich schieße mehrere. Bei dem einen hat... Oh. Ich habe nur einen Schuss bei dem einen gebraucht. Bei den anderen drei Millionen. Ich muss in den Nahkampf mitwaffen. Fuck. So. Ich muss ja wirklich in den Nahkampf. Das ist sau dumm. Na. Scheiße. Ich ziehe scheiße. So. Weg damit. Kannst du die Waffen mir gönnen? Ja. Nein. Das steht nicht. Fuck. Fuck. Joel, chill. Durch die Wand geschossen. Von wo? Junge, ich hasse diese Passage. Ich kann auch mit Kontrolle auch schießen. Das ist so scheiße. Weil die halt zu sehr zuckt. Die zuckt halt zu sehr. So. Danke. Junge. Was machst du? Faye. Ziel doch vernünftig, du dummes Fotz. Das ist so ähnlich. Okay. Weg damit. Ich stecke fest. Nimm die Waffe. Sorge. Sehr gut. Oh, what the fuck. Lass mich wieder komplett aus. Komm, 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 komm. Komm, komm. Komm, komm. Vernünftig, ziel. Stirb. Endlich. Boah. Meine Presse. Sorry. Oh, die Scheiße sitzt auf. Oh. Musste ich mich da durchkloppen, Alter? Die wollen ja nicht, dass du per Silveston Run machst. Die wollen ja einfach, dass du alles tötest. So. Dann hier durch. Puh. Und dann hier hoch. Hallo? Kletter hoch. Faye. Junge, die backt auch hier überall ran. Wo lang? Na. Kletter. Zieh dich jetzt hoch. Zieh dich jetzt hoch. Die. Die wird sich hoch. Ja, fuck it. Dann klettern wir links rüber. Weil das Bruder ist ja. Ich weiß halt nicht, wo lang. Ich seh halt nix. Zieh dich jetzt hoch immer noch nicht. Okay. Boah, ich hasse es. Ich hasse es für die Pest. Die Steuerung sucht für den Arsch. Versuch von dieser Ebene wegzukommen, bevor die Verstärkung eintritt. Ja, deine Mutter. Deine Mutter. So, wie komm ich am besten hoch? Da. Aber kann man, da kann man sich ja nicht umdrehen. Vernünftig. Oh. Los. Jetzt so. So. Weiter, weiter, weiter. Noch nicht. Weiter. Und, opa. Jawohl. Nicht dein Ernst, oder? Das ist nicht dein Ernst-Spiel. Oh. So. Weiter, zurück. Und jetzt gehen wir rüber, rüber, rüber. Weiter. Weiter, was? Sorry. When I see red, I can't control my Parkour-Skills. Yeah. Sack. Jetzt aber. But the controls are really, really shitty. Currently. And I hate it. Oh. So, jetzt aber. Und runter. Da, jetzt rüber. Wait a minute. Like, sometimes I don't want to climb. I can't really, you know, look left or right. It's sometimes a bit annoying to handle, currently. Bro, wohin da? Wohin? Now I don't know where to go. So. Einmal hier rüber. Zack. Ich würde halt denken, da links jetzt, hier hoch. Aber das können wir ja nicht. Wohin? Where do we go? Vielleicht auf die andere Seite? Auch nicht. Oh, wow. Okay. Dass man sich daran festhalten kann. Dann muss man auch einen erstmal erklären. Ah, du dumme Sau. Nochmal. Warte. Hier lang. Hier war es auch, glaube ich, ne? So. Spring nicht. Sie ist ein Jumping. Junge. Daran hältst du dich doch easy fest. So, wir sind da. Da ist auch so eine schöne Stange. Die sieht man auch gar nicht von dort. So, nochmal. Ich lasse dieses Level hier, ne? Falls mir die, oder dieses Kapitel eher gesagt. Falls jemand das bemerkt hat. Ja, ja, chill. Chill. Ah, wo lang jetzt? Ich muss da hoch. Das kann ich hier nicht aufmachen, ne? So, was ich machen kann, ist... Da hoch. Auch das Rote. Aber was dann? Wohin geht's dann? Daran erkannt ich mich nicht dran hänge. Ich kann dann rüberklettern, um mich hier dran zu hängen. Aber... Dann komme ich hier nicht rüber. Oder Jakob. Warte mal, ich geh mal nach links. So, genau hier. So. Okay, so. Aber jetzt, da komme ich demnächst rüber. Da rüber? Alter, ich rede mich geradezu auf, ne? So undurchsichtig. Einmal so. So. Und da will ich... Ups, mein Fehler, mein Fehler. Hab gespammt. So. Und du hast halt dieses... Die begrenzte... Die begrenzte Sicht, was mich halt hart aufregt. So. Was? Halt dich doch fest, du dumme Sau. Ich bin kurz davor, jetzt den Guide wieder zu öffnen. Oh. So, jetzt. Perfekt. So. Meine Güte. Alter, warst nervig. Da hoch. So. Wie hängele ich mich da dran? Ich muss da vielleicht weiter hoch? Hallo? So. Genau. Aber jetzt? Walljumpen? Ich muss da irgendwie mich hochziehen. Walljump geht nicht. Von hier aus zumindest nicht. Geht's von hier aus? Fuck. Nee. Wurde ich ernsthaft von hier aus Walljumpen? Fuck. So sehr gedreht. Aber hey, ich bin jedenfalls hier. Jawohl, endlich. Sehr gut. Endlich. Rip. Yeah. But I did it. Finally. So. Holy shit, alter. Holy shit. Hoch. In der Nähe von Autodex 6 müsste es einen Weg aufs Oberdeck geben. Ja. Okay. Runter. Alter, der Boden ist ja so giftgrün. Oh nein. So. Bruder. What? Bleib in Deckung und arbeite dich zu dem Vorurteil für ein paar Antworten. So. Äh. Jawohl. Wieder regenerieren. Regenerieren. Es ist zu leid da dort. Aber ich werde dann abgeschossen. Fuck. Okay. Okay. Da zieht die Sniper ein. Und hoch. Nice. Verfehlt. Er hat zwei getroffen, aber ist nicht so schlimm. Hier hoch. Da hin. Okay. Junge. Fuck. So. Nochmal. Kann ich nicht hier hin? Doch. Schießt schon auf mich. Sehr gut. Leiter. Na komm. Als ob du hier nicht hochkommst. Hallo, Claire. How you doing? Mal. Okay. Das geht hier nicht. Hier durch. Du bist da die Treppen hoch, ne? Ja. Hallo. Lord. Kann ich dich bekämpfen? Warmbi, Uga. Ey, yo. Was? Was? Wo lang jetzt? Where do I have to go? Ah. Yo. Nun, ich laufe jetzt. Fuck it. I'm running. Ich weiß nicht mehr, wohin, Junge. Um den Attentäter zu erreichen. Ja, ich hab den doch erreicht. Nein. Nein. Sehr gut. Fuck you. Ey, ich hab in der Luft. Kopfluss. Alter. Da jetzt. Ah. Das war ne Frauenstimme. Das ist keine R. Kalt. Mein Room ist kalt. Oh. Dein Zimmer ist kalt. Ja, hier ist es auch kalt. Äh, nicht kalt, aber ein bisschen kalt. Ey, yo. Mach die Scheiß-Tür auf. Slide-Kick? Ah, Zimmer. I remembered. Ja, Raum. Yes. Yes, 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 yes. Los geht's. So. Oh, fuck. Let's go. Bleib hier. Nein. Ich komm da locker durch. Opa. Sprich auf das Auto, du dumme Sau. So. Opa. Okay. Ich hab schon Sprit her. Los. Na wohl, oder? Oh, fuck. Nein. Oh, Junge. Steh. Nein. Wir sprinten durch. Aber weißt du, der Frau. Opa. Los. Die bleibt hier hängen, Alter. Da. Nee, nee. Alles gut. Die hat keine, die hat keine, die kann ich zielen. Ah, fuck. Ah, fuck. War, Junge. Oh, what? In der Luft gekriegt. What? Fuck. Fuck. Scheiße, komm. Nein. Ah, wir können ihre Waffe greifen. Damn. Jawohl. Was? Ich hab versucht, dich zu wahren. Tut mir leid. Du musst lernen loszulassen, Faith. Genauso wie bei deiner Familie. Die Runner sind erledigt. Icarus ist nur der Anfang. Und ich will leben, Faith. Nicht nur überleben. Warum Pope? Sein Wahlkampf hat unerwartete Unterstützung gefunden. Aber er hat übertrieben. Hat angefangen, den falschen Leuten zu drohen. Wichtigen Leuten. Er ist hinter Icarus gekommen. Musstest du ihn deshalb ausschalten? Er oder ich. Tut mir leid wegen Kate. Ich wusste nicht, dass sie deine Schwester ist. Frag einfach nicht, okay? Hab alles Wichtige gehört, Kleine. Hör mal, Krieg sagt, Kates Urteil wurde verkündet. So schnell? Der Segen des schnellen Rechtssystems, was? Sie haben sie verurteilt, Faith. Natürlich haben sie das. Ein Konvoi bringt sie in weniger als einer Stunde ins Gefängnis. Deine Die Untertitelung des ZDF, 2020